Und das passierte beim letzten Mal. Und hell yeah, du kannst darauf wetten, dass wir diesen Schlüssel haben. Moment, hier, Aktion, warte mal, warte mal, warte mal, wir werden doch wohl, los, hier, mach, äh, ist das hier nicht, Schlüssel vom Labyrinth, gedings, nein, hier waren wir schon, ne, jetzt ist hier, neu, jetzt ist neu, wann ist neu? Ich liebe es. Ja, ich hab direkt nochmal ne Aufnahme, nachdem ich jetzt gesehen habe, wie weit wir schon gekommen sind. Und mich das Fieber einfach packt. Ja, 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 ja. Hm, 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 hm. Das kennt ihr schon. Um zu sehen, wie der Zerstörer seinen letzten Atemzug tut. Richtig. 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 Mach auf. Das letzte Teil ist in deiner Reichweite. So, weil es hat mich nämlich gerade, ich, es packt mich gerade einfach so dermaßen, ich kann gerade nicht aufhören. Und deshalb schiebe ich direkt noch ne Aufnahme-Session hinterher, nachdem wir das letzte Mal, ja schon, oder jetzt gerade eben, über zwei Stunden aufgenommen haben. Das macht so Bock, mit diesem Ballermann durch die Gegend zu laufen, das ist so abartig. Ich muss beim nächsten Mal wieder einen Shooter spielen. Geh mir nicht um, Sack, ey. Geh mir nicht um, Sack, sagst du, ey. Ich dachte, geh mir nicht um, ich dachte, geh mir nicht um, Sack. Ach, warum bleib ich eigentlich stehen? Einfach rein, dein Arzt, scheiß Volk. Ich bin ja tot. Und ihr werdet alle sterben. Okay, hier schon mal nicht lang. Hier, hallo, 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 hallo. Hier muss auch nicht lang. Was gibt es hier noch? Keine Ahnung. Während ich das Ganze erkunde, äh, erkunde. Gucken wir uns die Umgebung mal an. Gucken wir uns hier quer durch die Leute durch. So, komm her. So, irgendwo noch neue. Stehen geblieben. Jetzt würde ich nochmal stehen bleiben. Wenn ich mich eh mehr heile, als dass die mir Schaden machen. Okay, was ist das? Ach, nochmal sowas. Ja, uh, ich hab schon voll Angst, man. Ja, du bist so gut wie tot. Ist okay, wir sehen uns. Bye. Tschüss. So. Aber diese Frostkämpfe, ne, die werden echt immer schwerer. Diese krassen, extrem schweren Bosskämpfe. Ja, toll. Hier ist echt auch noch den. Ich hätte hier auch noch den Raketenwerfer benutzen können. Schaut mir alles zur Verfügung. Okay, aber nö. Wofür denn? Da oben ist wieder so ein Tor. Aber nirgendwo ist ein Engel. Klebt hier nicht irgendwo so ein Engel an der Wand? Ja, ja. Oh, Hilfe. Ja. Kommen die Mega-Gegner gerade auf uns zu. Und... Machen wir das mal einfach gerade mal kurz per Hand. Ja, du sollst ja auch... ...die Waffe wieder aufnehmen. Ach, guck mal. Tschüss. Habe mal sechs. Ey. Wieso fünf? Ich habe sechs gehabt. Dann hat den einen letztens nicht mehr gezählt. Okay, dann... Kann ich jetzt... Ich kann nicht mit einem Pferd reiten. Scheiße. Ich kann die eine Höllenwache da... ...den einen Engel nicht zurücklassen. Boah, das geht nicht. Sorry, falls es den einen oder anderen jetzt aufregen sollte. Aber... ...wir müssen unbedingt echt auf jeden Fall... ...diese ganzen... ...Engel... ...Pletten. Ich weiß auch genau, welcher das ist. Welcher jetzt noch... ...übergeblieben ist. Also... ...bei in der letzten Aufnahme... ...dann hat der das nämlich... ...deshalb konnten wir gerade eben auch diese... ...die eine Münze nochmal einsammeln. Ist doch bestimmt der vorne... ...der da vorne an der Wand klebt, ne? Hier müsste noch irgendwo nochmal... ...so eine Knarre rumliegen. Ah, lasst mich mal in Ruhe, Jungs. Ich hab grad echt zu tun. Kann ich jetzt hier mit meinem Pferd wenigstens... ...auf der Straße? Nein. Schade. Ach, ich hab keinen Bock auf euch. Lasst mich mal in Ruhe. Da siehst du, da vorne ist nämlich wieder der... ...das Relikt, das liegt hier wieder... ...und deshalb wird auch hier der Engel da... ...immer noch an der Wand kleben. Siehst du, sag ich doch. Also ganz kurze Sache eigentlich nur. Kann ich hier eben die Waffe nehmen? Na komm, lad mal nach. So. Danke. Ah, ich muss hier runter. Na komm, lass mich da runter, verdammte Scheiße. So. Haben wir beides... Jetzt beeile ich mich, damit wir da wieder aufholen. Aber wenn jetzt wohl nicht nochmal hier... ...die Viecher langkommen, oder? Ich mein, selbst wenn. Guck mal, zwei, drei Schläge... ...und dann hat man uns direkt wieder hochgeheilt. Warum kann ich eigentlich nicht überall einfach mal... ...mann mit meinem Pferd langreiten? Und währenddessen die so fette Kinder in der Hand haben Was? Warum hab ich jetzt nur Okay, die find ich nicht so cool, die Knarre Die macht zwar auch einiges her Aber die andere hat einfach einen fetteren Bums Sind wir da mal ganz ehrlich Ah, okay, jetzt ist meine eine Waffe, die ich gerade eben hier liegen lassen hab, aber weg Dann nehm ich halt die So 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 So, komm her Junge Ja, ich hab voll Angst vor dir Mega mäßig Angst Aber was ich an Angst hab, ne, das kann man gar nicht messen, ne So, wer wird als nächstes So Das war einer So, hier kommt der nächste Ach, hier ist das Na jung, alles klar So jung, das war's dann auch hier Hier Irgendwie kommt hier nicht so das Gefühl auf Dass ich hier wirklich irgendwie in Bitfolie wäre Ich weiß auch nicht genau Ich weiß auch nicht genau Hier ist nicht irgendwo noch so ein Engel versteckt, ne Asche, du, warum bist du hier? Du solltest Zeig mir mal lieber, wo die Engel sich aufhalten, Mann Der Vogel Warum ist der Warum bleibt der Vogel da stehen? Tschuldige Keine Ahnung Sollen uns mal grad auch nicht so krass interessieren Hilfe, Gegner und so Yeah, Münze Oh, das ist cool Genau, alle auf kleinen Raum bitte Das ist am besten War's schon weg? Ah Hallo Hm Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Yay Ach so, da sind ja noch das schön Ah, guck mal hier Bittilibittil Sag den noch So Hier ist ne Waffe Ist hier auch irgendwo ein Engel? Ich sehe keinen Aber das muss ja erstmal Ah Such gerade Aber das muss ja erstmal nichts heißen Hier unten drunter Vielleicht irgendwo Yay Ja, komm jetzt zu dir Krass, Mann Du hast mir so wehgetan Oh ja Oh ja Krass, Mann Ihr seid so die Gegner Aber das macht so fuck Die ganze Zeit durch die Gegend So fenzen Mann Das ist so robotisch Nein Das wollte ich nicht Naja Okay Aber das zum Thema Kann man da eigentlich runterspringen Um zu gucken Ob da unten was ist Was wir gebrauchen können Die Antwort ist Nein Ach Hier ist so ne Jetzt können wir nicht mehr runter Ah nein Uh, da kommt wieder so ein Frost Machen wir uns erstmal den Weg frei auch Ne Ach, da ist noch einer Ich dachte schon Wir störten da schon wieder so Ja, mittlerweile so viele von den Knarren da gefunden Warum können wir eigentlich nicht mal so ne Waffe an Asche binden Oder zwei Und dann kann das Ding als Drohne dienen Hm Ja, ja Hör mal auf zu schreien hier So Oh 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 Dödel. Wäre doch voll geil, oder? Wenn wir an Asche jeweils eine Knarre hier dranbinden könnten und die dann den Vogel fernsteuern könnten. Boah, das wäre der absolute Hammer. Ferngesteuerter Terrorvogel Asche. So. Haben wir jetzt das dritte Teil. Jetzt haben wir auch das dritte Teil. Der Zauberstab ist fertig. Starb von Arrive. Arraffel. Arraffel. Giraffel. Ach, der Vogel ist schon da. Aber fertig sind wir ja immer noch nicht, weil ich ja eigentlich noch fünf von diesen Engeln, nennen wir es mal, befreien muss. Einer. Also, wir haben auf jeden Fall den einen oder anderen gefunden auf unserem Weg. Naja, aber wir konnten denen nicht wirklich noch helfen. Ach, warte mal. Hier. Ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ach so. So. Nochmal ein Relais. Komm, bä, bä, bä. Ach, schade. Ich habe gedacht, ich könnte hier vielleicht mal ein bisschen aufmachen. Die Türen. Wäre natürlich saulustig. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Guck mal, jetzt sind wir hier unten und hier haben wir noch einen Engel gefunden. Und was sind das für Handschuhe? Egal, was das für Handschuhe sind, ich will die haben. Egal, was das für Teil ist, ich will es haben. Fäuste von Ilhasa. Der linke Handschuh Elsahas Blick. Denn er ist mit dem Ohr gefertigt. Zyklopen, der stellte. Rechte Hand. Hammerhieden niedergestreckt. Okay. Das ist sehr interessant. Kann ich das, äh, das ist also eine Waffe, die ich ganz normal anziehen, tragen kann? Oder was? Ja, hier. Krass. Aha. Hard. Nicht schlecht. Demnach gibt es einen weiteren Handschuh noch, oder was? Wenn es noch einen Handschuh davon geben würde, die sich dann ergänzen, das wäre natürlich sehr interessant. Wo ist denn hier nochmal so ein Engel zum Befreien? So, knarre wieder her. Ah. Na, endlich. Wenigstens etwas.